Ja Mann und Willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und ich habe brandneue News für euch, denn es hat sich wieder was getan. Das Live-Event wird bald kommen und wann es genau sein wird, das erzähle ich euch gleich. Was ich nochmal kurz anmerken wollte, lasst gerne ein Abo, dann habt ihr auch die Glocke aktiviert, wenn ihr in der Zukunft nichts mehr zu verpassen möchtet. Dann gerne meinen Crazy Tag abchecken, M-E-T-E-8 und jetzt nochmal auf den Wunsch von Fraps, fangen wir mal direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Ja Leute, ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht und ich habe euch das schon mal gezeigt. Auf den Fernsehern in Fortnite ist wieder einiges passiert. Wir hatten es ja in der letzten Season oder in der vorletzten Season, hatten wir das ja schon mal mit dem Lama und sowas. Leute, ihr habt diese Videos schon gesehen vor mir. Ich habe euch das alles gezeigt. Ich habe euch gezeigt, was auf dem Fernsehern und sowas immer zu sehen war. Aber eben, oder zumindest jetzt, wenn ihr das Video seht, gestern ist etwas Neues auf den Fernsehern aufgetaucht und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Denn ihr habt ja gestern ein Bild gesehen, wo etwas zu sehen war. Ich blende euch jetzt nochmal ein. Denn da stand Wetterwarnung, Sturm, die Stars, Leute, jetzt einfach etwas komplett Neues aufgetaucht. Ihr seht es hier, da ist ein Countdown. Da steht 1, 20, 32 und 15. Ganz hinten sind natürlich die Sekunden, dann die Minuten, Stunden und dann die Tage. Und wenn wir das mal zurückrechnen und die Tage mal ausrechnen, dann ergibt es Samstag 20 Uhr. Also Samstag um 20 Uhr soll etwas in Fortnite geschehen. Ich bin mega gespannt. Ich weiß persönlich noch nicht, was es sein wird, aber ich weiß eine Sache, ich werde live dabei sein. Ich werde live dabei sein, definitiv. Ich werde mir das Ganze reinziehen und euch auch zeigen, was passiert ist. Direkt danach werde ich das hochladen. Ich werde wahrscheinlich auch auf Twitch streamen, das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Ich werde es aber definitiv versuchen. Ich bin mega gespannt, was Epic Games da für uns geplant hat, aber die Fernseher, die zeigen ja eindeutig, also es wird auf jeden Fall was passieren. Wir wissen es, es wird was passieren. Wir wissen zwar nur nicht, was, aber Leute, ich weiß es. Ihr seid alle gespannt. Ich bin genauso gespannt und ihr auch. Nur Epic Games weiß, was passieren kann. Dann als nächstes kriegen wir noch einen Bildschirm. Also ich denke einfach mal, wenn das Ganze passiert, dann wird es Samstag 20 Uhr sein. Da wird an einem Bildschirm stehen, auf dem Bildschirm wird dann stehen No Signal. Kann auch sein, dass es schon morgen passiert und dann steht da kein No Signal. Aber wir wissen ja, Samstag 20 Uhr soll es geschehen. Entweder passiert das mit dem No Signal morgen oder am Samstag um 20 Uhr. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, soll ich streamen oder nicht. Wenn ja, dann schreibt einfach mal Hashtag Stream oder Hashtag Nein oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber definitiv dabei sein, Glocke aktivieren, Abo dalassen und Creative Tech abchecken. Denn dann soll man ein absoluter Ehremann sein, habe ich gehört. Dann soll man auch mit zur Ehremann-Army. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe einfach mal, wir werden etwas Cooles bekommen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage euch, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.